Sind Sie nah dran? Näher als jemals zuvor. Eine Agentin oder eine Laienis? Eine Laienis, Sir. Wir spüren die Frauen und Töchter dieser hochkarätigen Ziele auf. Du hast es geschafft! Hab doch gesagt, ich komme. Wir platzieren eine Agentin in ihrer Nähe und eliminieren die Zielperson. Wenn wir es richtig angehen, ist es zu Ende, bevor es anfängt. Wir können es nicht mehr abbrechen. Es würde sie töten und das ganze Programm aufdecken. Unsere Agentin ist positioniert. Der Einsatz lässt sich nicht abbrechen. Beeilung! Ihre Tarnung ist aufgeflogen! Eine Sprengschnur! Erschieß die! Wir werden einfach so tun, als hätte es nie eine Tötungsmission einer CIA-Einsatztruppe vor den Augen von CBS News gegeben. Erläutern Sie uns Ihre Entscheidung, den Drohnenangriff durchzuführen. Sie war so oder so tot. Ich kann das nicht. Du musst immer daran denken, wofür du kämpfst. Leihangriff durchzuführen. Was? Untertitelung des ZDF, 2020